Du Vollidiot! Genieß ein wenig die Aussicht. Ich werde nachsehen, ob der Weiße kommt. Du solltest dich aber nicht so viel bewegen. Machst du Witze? Hey! Hallo? Du Mistkerl! Da kommt er ja schon. Verrätst du mir, was du da unten machst? Ich will, dass du sie treffst. Wie bist du überhaupt hier raufgekommen? Laban, ich hilf mir! Ich wurde entführt! Ernsthaft? Von wem? Von wem wohl? Ernsthaft?